Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen im Train Simulator 2022. Es geht mit dem Regionalzug auf große Reise. Einmal nach Mühldorf bitte. Sobald am Bahnsteig alle Passagiere eingestiegen sind und das Signal einen Fahrtbegriff zeigt, kann es losgehen. Und damit ein weiteres Mal hallo und herzlich willkommen auf der Strecke zwischen Salzburg und Mühldorf. Heute werden wir von der Hessischen Landesbahn, der HLB, den Triebzug 120 bzw. gekennzeichnet auch als 946 und bei der Deutschen Bahn als Baureihe 646 eingereiht fahren. Das Fahrzeug ist eigentlich nicht hier auf dieser Strecke anzutreffen, sondern eher, wie es der Name der Hessischen Landesbahn schon sagt, nämlich in Hessen. Aber einen Ersatzverkehr werden wir heute hier mal auf dieser Strecke durchführen. Und damit unsere lieben Fahrgäste hier einsteigen können, öffnen wir am Zug direkt die Türen und lassen diese in das Fahrzeug hinein. So, der Triebzug von außen, den werden wir uns während der Fahrt dann auf jeden Fall noch mal etwas genauer angucken. Das Fahrzeug kommt eben im Look der Hessischen Landesbahn, der HLB, daher. Und hier nebenan kommt gerade der andere Zug auch schon eingefahren. Damit sollte unsere Ausfahrt da vorne schon stehen. Genau, langsame Ausfahrt. Und damit wir dann auch wirklich ausfahren können, müssten wir außerdem den Triebwagen mal noch vorbereiten. Denn mit I können wir hier die Beleuchtung für das Führerpult einschalten. Mit L die Beleuchtung für die gesamte Kabine. Dann wollen wir natürlich vorwärts fahren. Deshalb wählen wir mit der Taste W die Vorwärtsfahrt aus. Und ansonsten sollten wir eben noch die Haltebremsen lösen, beziehungsweise die Feststellbremse. Die ist auch schon gelöst. Wunderbar. Gut, dann können wir eigentlich auch schon aufpressen. Die Türen sind geschlossen. Die Zugsicherungssysteme, ja, haben wir die PZB an Bord. Gut, außerdem ist noch eine Sifa mit in das Fahrzeug integriert. Werde ich jetzt allerdings hier beides nicht einschalten. Ich kann mal ganz kurz demonstrativ die PZB aktivieren mit STRG NUM-PAD ENTER. Die beiden Leuchtmelder für die Modi 70 und 85 befinden sich hier vorne, inklusive eben den 1000 Hz und 500 Hz sowie den Befehlsleuchtmelder. Wir werden jetzt aber hier nicht mit der PZB fahren. Hintergrund ist der, dass die PZB hier in der Vorab-Version noch nicht ganz ausgestaltet ist und sich da eben einige Fehler ergeben können. Deshalb, ja, heute mal ohne PZB. Normalerweise funktioniert die natürlich und in der endgültigen Variante des Fahrzeugs, wie sie dann auf den Markt kommen wird, da sollte die PZB dann funktionsfähig sein. Gut, wir fahren ab und zwar aus dem Bahnhof von Garching, am Bahnsteig 2 haben wir gerade gehalten und unser nächster Halt ist dann Tusslingen, ebenfalls auf Bahnsteig 2. Und genau, als Fahrzeug kommt heute die diesel-elektrische Variante des Stadler GTW zum Einsatz. Also so die Typenbezeichnung, wie sie eben von Stadler für dieses Fahrzeug gewählt wurde. GTW steht an der Stelle für Gelenktriebwagen, was unter anderem auch dem Gelenk hier oder den Gelenken in der Mitte geschuldet ist. Und dieser wunderschönen Antriebseinheit, die ja, ich sag mal, ziemlich charakteristisch eigentlich für die Stadler GTW ist. Wir haben hier quasi in der Mitte dieses Motormodul, dieses, naja, mechanische Modul, wo quasi die gesamte Technik des Zuges untergebracht ist. Also Bremseinrichtungen, ja, Motormodul, dann sicherlich auch die Fahrzeugrechner und so weiter. Das steckt alles quasi in dieser Antriebseinheit drinnen. Und vorne sind dann quasi die beiden Führerstände an den jeweiligen Kopfenden des Fahrzeugs, von wo aus eben, ja, die Leistung gesteuert werden kann. Über das Führerbremsmittel eben die Bremsung eingeleitet und, und, und. Gut, man kann auch durch dieses Antriebsmodul hindurchgehen. Das können wir uns auch gleich mal noch angucken. Wir haben nämlich auch bei dem Triebwagen eine Innenansicht zur Verfügung. Und die können wir aufrufen mit der Taste 5, genau. Da haben wir einmal hier den, ja, Fahrgastbereich, diesen Fahrgastraum. Da drüben sitzt die freundliche Dame, unmittelbar dahinter der Herr. Aber ich merke auch gerade, wir können leider im Innenraum hier nicht die Position wechseln. Also müssten wir uns dann mal das Antriebsmodul oder den Durchgang durch das Antriebsmodul am nächsten Haltepunkt oder Bahnhof anschauen. Dazu haben wir aber heute genug Zeit. Ja, die Fahrt erstmal, die führt uns eben von Garching bis nach Mühldorf mit dem einen Zwischenhalt. Planmäßig in Mühldorf sollten wir um 18.14 Uhr ankommen. Wenn alles hinhaut, kann ich schon vorher ankündigen, wird heute nicht ganz klappen. Und zwar allein schon aus dem Grund, dass wir uns das Fahrzeug ein bisschen angucken wollen, auch von außen. Und, ja, deshalb werde ich nicht die ganze Zeit vorne rausgucken und auch nicht so aufmerksam fahren, wie es eigentlich angedacht ist. Aber in der Simulation kann uns hier ja nichts passieren. Genau, vom Außendesign her erinnert das Fahrzeug eben ganz typisch an die HLB-Lackierungen. Wir haben hier oben auch diesen Zierstreifen, wie zum Beispiel auch bei der, jetzt muss ich überlegen, Frankfurter S-Bahn, also der S-Bahn Rhein-Main anzutreffen ist. Wir haben eine Zugzielanzeige hier vorne drin, die auch funktionsfähig ist. Allerdings jetzt für die aktuelle Strecke, für den aktuellen Verkehr, sind die Ziele nicht so wirklich geeignet. Deswegen ist die an der Stelle noch ausgeschaltet. Oben auf dem Dach befinden sich sämtliche Kühlelemente. Ich nehme auch mal an, dass dort die Klimaanlage des Zuges verbaut ist. Lüfterelemente oben drauf und und und, auch sehr schön gemacht, die fein ausgestalteten Gitter hier oben drauf, dass da eben sich keine Tiere reinsetzen, dass sich kein grober Dreck da drin irgendwie verhängt. Und ja, in der Mitte eben dieses typische Antriebsmodul, wie das von Stadler damals entwickelt wurde. Diesel-elektrisches Antriebsprinzip hatte ich schon erwähnt. Wir haben quasi einen Dieselmotor hinten drin, der wie bei einem Fahrraddynamo dann durch den Dynamo auch den Strom umwandelt und diesen Fahrstrom dann auf die Fahrmotoren unten überträgt. Also so das Grundprinzip. Ja, im Führerstand haben wir hier auf der linken Seite unseren Fahr- und Bremsschalter. Da können wir Leistung aufwählen in der vordersten Position. Die Fahrstellung ist dann in dieser, ja, ich sag mal, vorderen Mittelposition. Leistung ab 0 und dann geht es hinten eben mit den Bremsstellungen weiter bis zur Schnellbremse. Welche allerdings auch hier drüben bei dem Bremshebel, ja, ein bisschen abgeändert zur Realität ausgeführt ist. Normalerweise hätten wir ja, wenn wir das Bremsventil oder den Bremshebel bis nach ganz hinten durchziehen, eine Schnellbremsung oder die Schnellbremsstellung. Das wird hier in der Simulation nicht erreicht. Das hat auf der einen Seite einen Vorteil, aber auf der anderen Seite natürlich auch einen Nachteil. Wir können zwar die Bremse ganz normal anlegen, indem wir sie nach hinten ziehen. Das werden wir jetzt auch gleich mal testen, wenn wir dann hier in Tussling, war das glaube ich, ne? Genau, wenn wir hier in Tussling gleich anhalten werden. Aber die Schnellbremsstellung hier hinten, die ist in dem Fahrzeug nicht wirksam. Hintergrund ist der, dass man eben auch mal relativ leicht, wenn man mit der Maus zum Beispiel versucht, hier abzubremsen, ja, gerne mal den Bremshebel, weil da ist ja kein Widerstand in der Simulation, mal zu weit nach hinten zieht und dann quasi sofort eine Schnellbremsung drin hat, die man aber eigentlich vielleicht gar nicht will. Und da hat man sich halt hier so beholfen, dass man die Schnellbremsung bzw. Notbremsung eben über diesen Notaus-Notbremsknopf irgendwo erreichen kann. Gut, die Ankündigung auf 130 hatten wir gerade schon. Ich lasse das Fahrzeug an der Stelle hier mal ein bisschen ausrollen. Wir brauchen ja jetzt hier nicht mit Höchstgeschwindigkeit einzufahren. Genau, Tussling, der Bahnsteig kommt gleich. Aber hier vorne zweigt sowieso erst mal noch die Weiche auseinander. Genau, und dann können wir jetzt genüsslich abbremsen. Und ich kann es mal ganz kurz demonstrieren. Ich habe jetzt ganz kurz rinder in die Schnellbremsstellung gezogen, aber wenn wir uns hier die Bremszylinderdrücke angucken, dann sehen wir da offensichtlich, da ist noch nicht die volle Bremskraft vorhanden. Beziehungsweise, die war ja auch nicht gewollt. Und ja, das Fahrzeug bremst auch offenbar sehr, sehr gut. Also die Eigenschaften, die sind wirklich hervorragend. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die MG-Bremse nicht direkt angesteuert werden kann. Normalerweise hätten wir hier vorne nochmal den Schalter für die MG-Bremse. Aber der ist hier leider nicht funktionsfähig. So, und das Coole ist auch, wir können hier drüben mit der dynamischen Bremse auch einbremsen. Und der Zug steuert dann automatisch den Bremszylinderdruck auch am Ende mit aus. Also von daher kann man da auch wirklich mit der dann anhalten. So, die Türen öffnen sich. Unsere Fahrgäste dürfen rein- und raushüpfen. So, und wie versprochen, wir gehen jetzt mal in den Innenraum, gucken uns den etwas genauer an. Hier vorne eben, ja, dieser eine Großraumbereich. Und dann geht es hier hinten weiter. Natürlich auch alles ohne Abteile. Ist ja ein klassischer Nahverkehrstriebwagen. Da wäre das auch ziemlich untypisch, sage ich mal. Und hier in der Mitte dann dieses Antriebsmodul. Und du siehst schon, man kann da auch durchgehen. Ich nehme mal an, dass dann eben an den Seiten die mechanischen Bauelemente, die Rechner etc. Dass das dann alles durch so, ja, Abdeckklappen irgendwo verschlossen ist. Wahrscheinlich mit dem Vierkant abgesichert, sodass da eben dann nur das Bahnpersonal bzw. die Werkstatt drankommt. So, wieder in den Führerstand gesprungen. Dort können wir die Bramse lösen. Und Leistung aufschalten. Genau, weil hinten in dem Antriebsmodul hat ja der Fahrgast eigentlich nichts herumzuwirkeln. Der soll da auf keine Knöpfe drücken. Der soll da auch nichts, ja, also mit nichts in Berührung kommen, was ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Sinn und Zweck ist ja, dass der Fahrgast mehr oder weniger auch ungestört seine Reise, ja, vollziehen kann. Und das ist eben auch eine Sache, die ich mir so ein bisschen problematisch bei dem, ja, GTW-Prinzip vorstelle. Dass man eben als Fahrgast teilweise auch durch diesen Motorraum hindurch muss, was dann wahrscheinlich mit einer erheblichen Lärmbelästigung auch zu verbinden ist. Aber solange man sich da drin ja jetzt nicht aufhalten muss, etc., dann sollte das irgendwie, ja, verkraftbar sein. Und einen Vorteil könnte es auch bringen, dadurch, dass dieses Antriebsmodul ja für sich, wie gesagt mal, abgekoppelt ist. Und mehr oder weniger nur durch diesen Wagenübergang hier mit dem anderen Triebwagenteil verbunden ist. Und dadurch hat es wahrscheinlich auch den Vorteil, dass die Lärmbelästigung in den, ja, Fahrgasträumen etwas geringer ausfällt, als das vielleicht der Fall wäre, wenn der, ähm, wenn das Antriebsmodul unmittelbar mit dem Zug fest, starr verbunden wäre. Weil auch hier im Führerraum, ähm, wirkt das Fahrzeug doch ziemlich laut. Ist jetzt natürlich kein Vergleich mit dem, äh, mit dem echten Fahrzeug. Weil die Soundkulisse, ja, die verhetzt sich sowieso immer ein bisschen anders. Aber an sich finde ich halt auch die, äh, Fahreigenschaften des Zuges ziemlich schön. Der beschleunigt relativ gut. Die Bremseigenschaften sind toll. Ähm, ja, wie gesagt, mit der PZB sind wir hier unterwegs. Höchstgeschwindigkeit 120, die wir jetzt auch gerade ein bisschen überschritten haben. Wir wollen hier schön unsere 120 auf den Strich genau fahren. Genau. Wenn ich schon drüben sehe, dass wir die dynamische Bremse haben, dann gehe ich an der Stelle davon aus, dass es sich hier wahrscheinlich um eine E-Bremse handeln wird. Weil, wenn wir hinten dran ein diesel-elektrisches Prinzip haben, ähm, dann ist es wohl das naheliegendste, dass dann eben die Fahrmotoren da als, äh, ja, Verzögerungsbremse oder als dynamische Bremse wirken. Bestätigen kann ich es allerdings nicht. Also es ist auch gut möglich, dass da ein anderes, äh, Bremseverfahren zum Einsatz kommt. Dynamisch wäre jetzt vielleicht auch denkbar, wäre aber sicherlich mit einem, äh, also hydrodynamisch wäre allerdings wahrscheinlich mit einem, ja, erhöhten mechanischen Aufwand oder mit, naja, Verkomplizierungen verbunden, die gar nicht so unbedingt nötig wären. So, so, 60. Wir drücken mal wachsam, auch wenn wir keine PZB an Bord haben, aber die Gewohnheit möchte es so. Also ja, ich gehe davon aus, dass es hier eben hinten eine E-Bremse sein wird, die dann quasi die, ja, generierten oder umgewandelten Fahrstrom in Bremswiderstandslüfter oder über Bremswiderstandslüfter oder Bremswiderstände eben dann an die Umwelt abführen wird. Also klar, man hat immer noch eine verschleißfreie Bremse, aber es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die optimalste Variante, um die Energie da zu nutzen. Also, so, 60 Wiederholungen und dann nach vorne, KS2, halt erwarten. Einfahrt mit 60. Genau, und nochmal wachsam. So, Bremse lösen wir wieder aus. Ja, ganz kurz vielleicht noch zum Führerraum. Wir haben hier unten eben die Steuerung wahrscheinlich für die Klimaanlage, wenn ich das schon sehe, mit der Temperaturanzeige hier an der Seite. Siefer Seitenverschalter. Dann, ja, ganz gewöhnlich eben der Führertisch. Zugfunk. Eingabe für die Anzeigen außen am Zug, also die Zugzielanzeigen. Dann das Licht hier vorne mit Fernlichtstellung. Dann leuchtet hier unten der blaue Leuchtmelder auch. Wir können mal ganz kurz vorne gucken. Dann kommen hier quasi diese Zusatzscheinwerfer. Ansonsten, genau, die Anzeigen für die Türen hier unten. Makro, tief und hoch. Hier drüben E-Buda-Display. Und, ja, eben diverse Leuchtmelder für unser Fahrzeug. So, ansonsten. Ja, Seitenfenster. Wir werden auch gleich nochmal gucken, wie denn der Führerraum von außen ausschaut. Aber dazu halten wir erstmal hier in Mühldorf an und lassen unsere lieben Fahrgäste aussteigen. Ja, wo jetzt der ordnungsgemäße Haltepunkt oder die Stelle ist, an der wir anzuhalten haben für unseren Zug, das kann ich an der Stelle nicht herausahnen. Hier unten in der Anzeige ist leider nichts genaueres angegeben. Da steht eben drinnen Mühldorf und da ist dann, ja, praktisch anzuhalten. Wir sind auch mit zwei Minuten Verzögerung hier in Mühldorf eingetroffen. Ich öffne mal an der Stelle die Türen ausnahmsweise noch nicht, weil ich, wie gesagt, das Fahrzeug noch ganz gerne angucken möchte. Wir haben hier außen außerdem die Scharfenbergkuppelung mit dran, die quasi dann auch das, ja, relativ schnelle Kuppeln der Züge in Bahnhöfen ermöglichen soll. Der Zug ist, ja, ganz logisch, mit Scheiben wir schon, Frontscheinwerfern etc. ausgestattet. Und wenn wir jetzt mal hier in den Führeraum hineingucken, dann sehen wir auch Fahrersitz drinnen und hier hinten haben wir quasi so eine Rückwand, die uns, ja, von den Fahrgästen dann nochmal abtrennt. Diese Glastür zum Durchgehen, natürlich sicherlich auch sehr schön für den einen oder anderen Eisenmannbegeisterten, der sich dann gerne mal dahinter hinstellen kann und eben auch den Blick aus dem Führerstand heraus genießen darf. Und, ja, wenn ich das jetzt hier so sehe, würde ich auch meinen, dass es ein Niederflugfahrzeug ist, was ja bei den, ich glaube, Stadler GTW sowieso fast überall, wenn nicht überall der Fall ist. Ja, ist eben typisches Nahverkehrskonzept und, genau, damit hätten wir, glaube ich, auch alles erläutert, was es da so zu dem Fahrzeug im Krumm und Ganzen erstmal gibt. Ja, mir hat die Fahrt ziemlich viel Spaß gemacht, auch wenn sie etwas kürzer war. Wenn du genauso viel Spaß hattest bei der Fahrt, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen, beziehungsweise einen kurzen Kommentar unter dem Video. Ich sage danke fürs Zusehen, wünsche allseits gute Fahrt und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.